Hallo, mit diesem Video möchten wir Ihnen dabei helfen, den IFBI Online Shop optimal für sich zu nutzen und Sie über alle Funktionen und Möglichkeiten in Kenntnis setzen. Der grundsätzliche Aufbau ist sehr übersichtlich und die Navigation logisch und nachvollziehbar. Zunächst können Sie sich im obersten Balken anmelden oder registrieren. Bereits auf der Startseite finden Sie unsere Produktgruppen, über welche Sie zu allen unseren Produkten gelangen. Wenn Sie bereits wissen, zu welchem Artikel Sie gelangen möchten, können Sie außerdem die One-Click-Option am unteren Ende der Seite nutzen, wo Sie die Marken- und Artikelgruppen direkt ansteuern können. Der normale Weg geht über die Produktgruppen. Wenn Sie auf eine Produktgruppe klicken, gelangen Sie zu der Übersicht unserer Marken. Wenn Sie nun eine Marke anklicken, gelangen Sie zur Artikelübersicht, die wir zur jeweiligen Marke im Sortiment haben. Eine Beschreibung der Artikel erhalten Sie, sobald Sie diese auswählen. Noch detailliertere Informationen erhalten Sie ein Stück weiter unten. Neben Inhaltsstoffe stehen auch Bilder für das eigene Marketing zum Download bereit. Außerdem wichtige Informationen zur Verpackung und Logistik und bei allen Food-Artikeln auch nochmal zum Download das Produktdatenblatt. Für die meisten unserer Artikel gilt, beim Kauf einer Verkaufseinheit erhalten Sie einen günstigeren Stückpreis im Vergleich zu einem Einzelartikel. Vergünstigte Angebote, zum Beispiel bei kürzerer MHD-Zeit, sind als solche gekennzeichnet. Weitere Rabattoptionen ergeben sich auch aus dem Bestellwert. Auf diese Weise können Sie sich im Onlineshop orientieren und erhalten alle notwendigen Informationen zu unseren Produkten. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden.